ja jetzt funktioniert es ist funktioniert so muss auslaufen steinweicher es ist nicht nur jemand für steinern und die geistert nach wie nett das ist schön geht noch warum heißen die so soll es heißen ist das die antwort seid ihr tot nein geht noch ich weiß es nicht und warum hab ich einen geist dabei und warum hat der geist eine titte ich mein hat der brüste das kann doch nicht ist das weil ihr oh mein Gott dieser geist war grad in mir auf die geistern Art nicht auf ihr wisst schon welche Art auf die Art ich ach egal ich flippe jetzt einfach nur noch ach guck mal falsche Eingabe ich könnte diese Attacke 87 Milliarden mal hintereinander machen und sie würde auch funktionieren wenn es offscreen wäre also nicht in der Aufnahme besitze besitze ach warte mal ab hier das bestimmt ähm so ne Attacke wo ich ja halt Besitz ergreife von dem Monster und ich dann die Attacke anwenden kann für den Kampf ich denk mal nicht dass das für die ganze die auch die drignon der gefangen ja oh geist oh man Wieso das kann nichts ne eigentlich nicht ne ne ja ja und ich denk mal der Feuertanz der hat bestimmt super nicht funktioniert Bruder Feuerwehr Feuerton alle tanzen den Feuerton die dieses die Musikvideo Rudi auch was habt ihr euch bloß dabei gibt da Kiefer Prozent Prozent es kann aus dieser Richtung sie kommen die Kommen die in den Toren kein Versteck die Treppe vor Ort Kälte um keine Flucht kein Versteck kein Gehirn keine Beine kein Gesicht der Tod ist beharrlich der Tod ist beharrlich komm spring ich glaube hier ist Ende ja ja was tun wir okay jetzt werden wir sehen ob sich mein Training bezahlt gemacht hat bezahlt macht so gut ja gut wird der Wettbewerb für die Wettbewerb der Wettbewerb die Uhr der Geist sogar in der Tod ist beharrlich komm wie die hinteren Waggons genau und zwar hier rein müssen und hier drücken dann geht da glaube ich ähm ja tschüssi tschüssi jetzt ist Schluss aber jetzt auch Schluss ähm ähm ja hello was soll das denn jetzt ähm ja ich bin immer im Nachteil ja ich bin immer im Nachteil oh nein der will an mir saugen ja dafür kriegt er jetzt erst mal direkt eine was willst du an mir saugen das ist für eine perverse Sache hier kann doch nicht sein ich hole darauf Schwert und hab's geschafft ja ich mach mal die zweite Attacke die bringt jetzt nämlich voll noch was la 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 ach ja ähm ich wollte noch ähm muss ich hier drücken nochmal hier natürlich so schwing und ich glaube wenn der Geist hier unten äh der ich nenne ihn ich nenne ihn Sam Sam ja genau Sam wer weiß woher das ist warum ich ihn Sam nenne den Geist das ist der der Gäste mit alten Filmen ähm das habe ich ja schon gesagt 2 Uhr Nacht von Sam ganz alter Film ganz ganz ich weiß gar nicht mehr ähm die Stellung nötig Stellung nötig ähm ja hm 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 hier hin weil das der größte Hunger essen bringen alles was ihr habt Schwein zu haxöl die haben ja lecker ne Flasche Wein und ne Flasche Bier schön Kalsquell hier aber ob das hier so gesund ist hohoho dieses um das Bier besorgt besorgt aber mit leerem Magenkriegen führen das Kriege führen hm so äh ich will nichts mehr davon hören Schling Kratz schnapp was h h h h h h mit Status Veränderung zurück zurück das ist eine ganz komische Übersetzung das hätte ich ja besser gekonnt schriftlich das hätte ich ja besser mit dem Taschenrechner gemacht gut ich habe alles auch gegessen gehen wir oh jetzt kriegst du schön die Flitze kacke das ganze Glauben hier Stellung nötig Ach guck mal, ich hab gedacht, die lassen mich jetzt durch, die haben nämlich voll auflaufen lassen. Diese niesen, diese ekelhaften. Warum bin ich jetzt auf dem Zug schon, lalalala, das weiß doch keiner. Komm, jetzt musst du aber gleich Funktion nuggeln. Ja, Funktion nuggeln ist ganz, ganz typisches Wort bei uns hier dagegen. Ich seh schon, wie meine Tränke wieder draufliehen. Ach, ihr Wundertoll. Und ich besitze dich. Ich hab mich für was dieses Besitzes ist. Die fragt mich, ob so eine klug Idee war, den Geist mitzunehmen. Hm. Oh, keine Ahnung. Das wird sich noch zeigen. Jetzt darf ich erstmal wieder, ach, falls es so toll ist, komm, hier mal die 250er. Ja, ähm, hm, hm. Ach komm, hier. Oh, und ähm, schwarzer Bildschirm auf Doom wegen, ihr wisst schon. Kennt ihr ja bei mir, dass ihr öfters mal ein schwarzer Bildschirm kommt. Ohrringe halten. Ja, die brauch ich. Nicht. Und warum bin ich jetzt reingegangen? Ach, ist ja egal. Hau ab, Geist. Eine friedliche Koexistenz mit Geistern. Keine Bewegung. Warte, was? Ach, hier. Ich bin Siegfried. Bester Schwertkämpfer der Welt. Dieser Schatz gehört mir. An deiner Stelle, Ochse, würde ich nach Hause rennen. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Und du siehst wie eine Maniküre aus. Hau ab. Und du siehst wie eine Maniküre aus? Aha, hat der Ochse brüllt. Erlaube mir, meine Klinge vorzustellen. Was? Was? Hier. Ha, ha, ha. Gebt ihr auf. Wir sind nur ganz langsam. Ähm, was? Nein, bitte nicht. Du bist so... Wie darfst du hauen, bitte? Wildhauer? Oh, hu, 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 hu. Ja, ähm, hm, hm. Was soll das denn? So ein Windbeutel. Unmöglich. Ich bin der Größte, aber wer zuletzt gedacht... Ha, 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 ha. Das ist meine Kiste. Schwachkopfer. Ha, 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 ha. Okay. Das war der schwerste Kampf im ganzen Spiel. Puh. Und ich hab ihn geschafft. Knapp, oh Gott. Ähm, ja. Ich würd' mal sagen... Hier machen wir mal, weil wir's können. So. Ähm, wir machen hier... Ach, soll ich da einschlagen? Ich hau da einen Wurfstern drauf. Naja. Ich habe ja genug Wurfstern drauf. Oh, haha. Oh, hau drauf. Ich hab keine Zeit. Doch, ich denk mal, ich werd erst mal meine Nase kratzen. Ich werde in Zukunft die... Kämpfe rausschneiden. Oh, das ist so viel Arbeit. Oh. Na, na, na. Boom. Ja, ich denk mal, ich werd das, äh... Nicht heute... Nicht bei der heutigen Aufnahme. Wenn ich demnächst mal wieder... Aufnehme. Was ist das für ein Mongol? Dududu Nanananananananananananana Ja, wer von euch kennt's? Wer von euch kennt's? Was ist so ein Hinkersystem? Au Okay Äh, wickelnd die Nukits Die Nukits, wer kennt sie? Ich hab die am Anfang gehasst Ich hab die das erste Mal gesehen, ich konne die nicht ab Nein, ich mag das nicht, wenn so Wenn Leute so springen Aber Wenn man das wieder und wieder hört Irgendwann kann man nur noch lachen Jo Und ich find's lustig, falls das einer von euch nicht weiß Die übersetzen das selber Also die synchronisieren das auf Deutsch selber Weil die ja beides können Können ja die Holländer Die können beides Die können Deutsch und Holl... Äh, die können ja beides, wie gesagt Deutsch und Rommendisch Aber ich find das jetzt nicht gut Der Tage find ich schon mal gar nicht gut Mach oben den Bomberblatt... Ja, genau den solltest du nicht platt machen Mach du ein Blatt Mach du ein Blatt Hm, natürlich Was sonst, was sonst... Oh, der macht einen Schaden, das ist ja unglaublich Ja, das war natürlich genau das, was ich wollte Okay Das war aber nicht so schlimm Ich dachte, das wäre schlimmer und wenn ich mir jetzt noch ein bisschen heilen muss Dann werde ich einfach auslassen Vor laufender Kamera, wollte ich schon sagen Aber hier ist gar keine Kamera Und ich brabbel wieder Dann wird hier... Man wird hier bräsig Hahaha Die ist so gestoppt? Benutzt doch einfach die Störungen im Maschinen-Optail Ja, natürlich mach ich doch Ist das hier das Maschinen-Optail? Oh... Phönix-Feder, hier ist das bestimmt Monster Ah, hier... Jack in the Box, True, natürlich Ein Gisbe... Okay... Wow... Okay, what the hell... Ja, ja... Hm... Komm schneller... Au... Was zum Henker, ey... Was zum... Ich dachte schon auf alle Okay, dieser... Dieses Gespenst ist schon hart Doch, no competition Ja, weil Muni kann einfach mal das Kamiamiha und Hypergelenk Ein Hypergelenk? Ein Hypergelenk? Und ich darf mich schon wieder... Oh, ich muss mal wieder einkaufen gehen Gibt's denn hier keinen Verkäufer im Zug? Das ist ja... Was will das denn? Boah, ordnen... Was ist dieses Hypergelenk? Nee... Nee... Auch nicht... Ach, auch nicht... Ist das toll... Ich guck mal schnell... Hypergelenk... 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 Ah... Okay, was macht das? Erhüllt Strecke... Oh... Erhüllt Strecke... Will man doch haben... Auf jeden Fall... Wir hatten die höchste Strecke... 47... 39... 40... Mach ich doch mal direkt... Weil ich's kann... Mach ich so von Tukito oder von Muni? Ich bevorzuge heute einfach mal den Muni... Weil dieser Quadra Schlag mit mehr Stärke einfach... Geil wird... Dann kann ich den wahren Held... Oh... Oh... 20... Nice... Nice... Weitsicht... Ah... 5... Weitsicht... Weitsicht... Oh... Weitsicht... 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 die die Möllnstiefel mithilfe das ist doch das ist doch zusammen hier haben aber einfach so was haben wir da weggemacht gegen Gift dafür habe ich Energie okay okay neuner bleibt hier du gehst schon was gut da ist wir sind auf uns gestellt um da vor uns natürlich noch mal ne Kampf geben ja ist ja ne komm hier bevor du irgendwas machen kannst er macht was mann ich hasse das habe ich glaube schon mal wehnt oder ach ja noch auch falscher Blitz ich fähig naja so 50-50 hier dass ich das schaffe und dann auch wieder nicht und wieder schaffe und ich meine wie findet ihr es also bis jetzt finde ich nicht dass ich okay ich kann manche Stimmen nicht machen ich denke mal wenn wir Steffi wieder beobachten das war schön ach das ja das ja lecker Füllgruppen HP und MP komplett ach ja ich ach ja ich schlau so eine Krone drauf ist das Königse ähm wenn jetzt Steffi kommen würde im Spiel wieder mit wunderbar tief wäre so würde es besser an dann wäre das wie soll ich sagen der Maschinenraum halten wir dieses Ding ja nicht an ich weiß nicht ach ja ich kann ein bisschen los sprechen aber das ist das ist ja wie Mickey Mouse 1 2 oder 3 wenn du richtig stehst äh 7 8 ne wie das 1 2 oder 3 äh letzte schon ist gleich vorbei äh wenn du wirklich richtig stehst siehst du wenn das Licht angeht war das überhaupt so ähm ok hier steht ja etwas um die Zug zu stoppen schließt das erste und dritte drückt für die und schieße ich dann den Schalter draußen nachher um Schlot der Mokolo Mokolo Tiva so ist es den ersten und dritten ok und hier den Lüttel wenn wir hier drauf drücken hält der Zug wartet mal mir fällt da gerade was auf nein also also ihr habt mich verlangsamen wollen was was what the heck lauft ihr Narren lauft ok huah ach hier falsch wo stehren aufzug wo 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 die hir vier auf den Reden zu holen wo 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 die Was ist das denn? Wusch. Ach, guck mal hier. Wiedersehen. Tschüss. Hm. Wir sind eindeutig overpowered. Und jetzt halten wir noch an und oh mein Gott. Schlecht gescriptet. Ich lasse euch gehen. Ich lasse euch gehen. Aber er ist nur sicher etwas erledigen. Oh, muss ich auf Toiletto oder was? Ich habe ein Geschäft zu erledigen. Jetzt sieht man ihn ja auch. Mit einer Zeitung, still und leise auf dem Klo hängen. Und mit dem Politikteil liest. Hm. Bitte aussteigen. Vorsicht am Halterand. Ne, wie heißt das? Vorsicht am Bahnsteig. Der Zug fährt ein. Wo, wo sind wir? La, la, la. Na, geht doch erstmal raus, bevor er fragt. Wo ihr seid. Junge, Junge, endlich runter. Wir gehören nicht hierher. Gehen wir. Jo, jo. Endlich ist vorbei. Ja, auch wieder eine sehr traurige Szene. Na, wer hat sie erkannt? Die beiden. Nein. Elaine. Was? Oh, Wayne. Was? Oh, Wayne? Dukito, ist das deine Familie? Ist er nicht Gregor? Er fährt ab. Warte, bitte. Elaine. Gregor. Mein Lieber, du hast mich so gerüttlich gemacht. Papa, ich pass auf Mama auf. Ich pass gut auf Mama auf. Okay, wo war ich? Hä? Wie heißt der? Heißt der Owen oder sowas? Voll die.